Immer schön schauen, ob es nicht vielleicht Muni-Kisten oder so gibt, gerade in so Höhlen-Dingern. Weißt du, es ist wichtig. Es gab eine Menge Gerede über dich und den Anzug. Alien-Modifikationen, deine Visionen. Die Leute wissen nicht mehr, wer du bist. Was denkst du denn? Ich bin hier, oder? Ja, in der Tat. Okay, leise jetzt. Wir nähern uns einigen Cell-Patrouillern. Ja, dort. Ah, in der Fallkiste, okay. Aber das ist ja was zum Hacken. Vermutlich nur eine Granate, Bombe, Mine. Shhhh, ja. Shhhh, ich bin ganz leise. Nicht so laut, verdammt. Das mach ich bestimmt dir. Wir müssen außen rum. Einen Moment noch. Okay. Da ist was, wo ich will. Meinst du, das haben sie gehört? Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich glaub nicht, dass sie das gehört haben. Ja, ich auch nicht. Ahja. Ich weiß nicht, dass die Pfeilkiste, die sie unten gebracht hat, da kommt man irgendwie nicht hin. Nein, aber. Wir haben einen unser Turm erledigt. Das hat uns jetzt noch keiner geschafft. Ja, ja. Das haben wir geschafft, in der Tat. Ich... Ah. Ich geh das hier mal langsam an. Das ist einer, oder? Ich bin jetzt kill, dann wird Alarm geschlagen. Aber es wird so besser. Ah. Schlecht. Hab ich gesagt. War wirklich schlecht. Nein. Okay. Das war nicht von mir. Schnell in das Versteck. Und zum nächsten. Durch den Schalter, wo ich weiß, haben wir ein bisschen länger Zeit im Dings im Turnmodus, auch wenn wir schießen. Nein, ich muss auch mal mit dem hier. Letzte bekamste Position überprüfen. Nein. 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 Rückzug! Rück! Scheiße! Ah, es scharf, wenn ich jetzt mal sagen darf. Ah, ich hack lieber erstmal das Ding hier, oder? Ja. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Sehr gut. Gerade nochmal gut gegangen. Da habe ich ja primeiro. Das heißt, der geschützt viele Funktionen. Genauso wie es funktionieren sollte, funktionier' jetzt auch. Kürze sie haben uns erledigt Kürze gut nach der Nacht gibt es die EMP Alter, wie viele. Jetzt. Ernsthaft. Ernsthaft. Leute, wenn ihr noch einmal kommt, dann werde ich auch sauer. Und ihr könnt nicht ahnen, was das für euch bedeutet. Noch bin ich ja ziemlich knellig. Nein, ich bin da hinten reingeklettert. Da haben wir aber ein Allheilmittel. Ach, nicht den, aber egal. Der wirkt auch. Nein, will ich nicht. Komm du raus. Ja, gut. Ich will nicht meine ganze Pfeile verschwenden hier. Bis auf los. Oh mein Gott. Bewegens sich immer so unnötig schnell. Da können wir kein Schaflaufen. Natürlich, ihr jagt doch nicht. Uh, der war gut. Der war weniger gut. Der war gut. Ich gehe noch nicht ganz hoch. Ich erkundi ich mich noch mal kurz unten. Und sammle meine Pfeile mal auf. Mann, oh meh, da wo sind die alle? Da ist was, da ist was. Hier und da und da. Okay. Standardmonika haben wir immer gebrauchen. Ich glaube, sind die zwei anderen Pfeile. Drei sogar. Den haben wir gar nicht markiert. Aber gut, dass wir finden. Ja. Hier unten haben wir jetzt alles soweit erledigt. Ich denke mal, wir geben uns mal nach oben. Oben dürfte uns nichts mehr überraschen, weil... Ich sichere dich, Profit. Okay, schön. Auch mal. Weil wir haben ja alles... Markiert, was sich bewegt hat. Okay. Von dem her. Was ich mal probieren will, ist... So, und jetzt? Ob es von hier oben explodiert? Aber nicht. Schade. Die Dinger sind gar nicht schlecht. Also, wenn die große Meutin, die man steht... Oha. Gut. Und da steht schon wieder hier bequem. Schätze, die haben uns gehört. Und ich schätze, ich kann man in die Pfeilkiste einfach nicht ran. Wie im Gottesnamen. Was zum Teufel ist hier passiert? Oh, was? Check ihre Blackboxes. Finde raus, wie sie starben. Ich gehe nach oben und schaue mich mal um. Macht es. Die Blackboxes sind nicht hier. Ja, ein bisschen. Da muss ich dir wahrscheinlich folgen, Psycho. Ehrlich gesagt, dieses Tackern kommt mir bekannt vor. Aus so einem... Aus dem Multiplayer. Wie mein, wenn die Aliens kommen? Ah, ne, ne, ne. Wenn quasi die... Die... Die Leute im Nanosuit kommen. Weil die ja dauerhaft unsichtbar sind in dem Multiplayer-Modus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aufladen dann. Bin ich mal gespannt. Das ging schnell. So, jetzt Der Hauptbestandteil von diesem Spiel Hat sich jetzt endlich mal Gezeigt, sagt man so Na, super Ich hab nicht das Gefühl, dass die schon weg sind Ich hab das Gefühl, dass sie noch da Nur ich kann sie nicht sehen Ach, super Okay, jetzt können wir mal da rüber Weg mit dir Hier Krieg schon rein Was, die Asche nicht genug Was What the fuck, alter Schnell, schnell, schnell Hop, 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 hop Alter Was halten die aus? Okay, eine ist Down Oh, ach süß Er wollte warten, bis ich nach Hause komme Ich hab gesehen, was uns angegriffen hat Ja, ich weiß Stalker Erzähl mir was Neues So war das nicht geplant Je Ja, so war das nicht geplant Danke für den Danke für den Kommentar Oh, Mann Die Self, die ich kenne, sind unkoordiniert Brutal und strategielos Wie gesagt Nur noch ein paar wenige Und die sind nur rausgekommen, weil wir den Turm zerstört haben Möglich Sie verhalten sich wie Tiere Nicht wie eine Schwarmintelligenz Wo ist der Alpha, Seth? Vergiss ihn Ich bin zwischen Stalkern und Cell eingekeilt Komm durch den Lockschuppen zu mir rauf Ja, mir geht es um